Yo liebe Leute, Theo hier, ich begrüße euch recht herzlich zu einem neuen Mario Odyssey Video und zwar Leute, das Mario Odyssey, Luigi's Balloon World DLC ist da. Ihr könnt es jetzt sofort runterladen und es spielen und ich werde euch kurz erklären, wie das funktioniert. Und zwar, wenn ihr bei eurer Nintendo Switch im Home-Bildschirm seid, drückt einfach Plus auf dem Mario Odyssey Symbol und dann auf Software Update über das Internet. Und wenn da oben dann Version 1.2 steht, dann habt ihr das Update und dann kann es losgehen. Dann kriegt ihr die Infos, dass Luigi da ist, dass es jetzt auch drei neue Outfits gibt und neue Filter für die Kamera. Und Luigi ist wirklich leicht zu finden in jeder Welt und es macht verdammt Spaß, die Luftballons zu verstecken und auch zu suchen. Ich habe es jetzt schon ein ganz bisschen gespielt und wirklich Leute, es macht verdammt Spaß, weil das Ganze halt mit Accounts verknüpft ist und ein Rangsystem. Man kann dort richtig so Sternrenrenge aufsteigen, wenn du viele Luftballons findest. Und ich bin mal gespannt, ob es auch noch irgendwelche Belohnungen gibt für die Ränge oder ist das nur für die Bestenliste, dass man sieht, okay, der hat schon viel gespielt, der hat einen hohen Rang. Außerdem kriegt man immer gut Münzen, wenn man die Luftballons sucht. Und zum Beispiel hier im Lost Kingdom, die Luftballons, die Welt ist ja nicht so groß, sondern da sind die Luftballons wirklich nicht so schwer zu finden. Man macht wirklich enorm viele Münzen in einer kurzen Zeit und steigt auch extrem schnell auf. Ich kann euch das nur ins Herz legen, das hier zu machen. Und Leute, ich kündige jetzt nochmal an am Wochenende, sprich am Samstag um 10 Uhr morgens und auch am Sonntag um 10 Uhr morgens, werden wir das Ganze streamen. Am Samstag um 10 Uhr hier auf diesem Kanal mit dem guten Akata werden wir Luigi's Balloon World streamen um 10 Uhr morgens und das Ganze am Sonntag noch bei ihm auf dem Kanal. Leute, ich würde sagen, holt euch das Update jetzt und verstellt ein paar Ballons, denn ich habe Bock, welche zu suchen. Damit bin ich jetzt raus. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Haut rein. Ciao und tschüss, euer Theo.